Eilmeldung! Eine Potthot-Plage erobert die Welt! Neue Eröffnung einer Cheesecake Factory! Ein Serienmörder namens Ralphie Jones verunsichert die Gäden! Haben Sie ein langweiliges Leben? Huh! Sind Sie ein Klimton, ein Rente, dessen Frau jede Woche von einem Stacheldrachen-Schildkröten-Typ entfüllt wird? Ja, das stimmt, ey! Nun machen Sie sich keine Sorgen mehr, mein Freund, denn wir haben hier das perfekte Item für Sie! Diesen Poké-Ball! Wow! Wenn Sie diesen magischen Ball bestellen, können Sie all Ihre Sorgen loswerden! Schmeißen Sie ihn auf alles, was Ihnen auf den Sack geht und BOOM! Es ist weg! Bestellen Sie jetzt! Ich klicke hier und da! Ich habe eine Lieferung über 1000 Porky-Bälle an Herrn Super Mario! Mamma mia! Oh, Merry Christmas! Oh, hey Mario! Äh, Mario? Mario, was tröst du nur? It's Mario-Time! Hey Mario! Ich bin doch dein Bruder! Oh, nein! Nein, 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 nein! Warum wirfst du deine Bälle auf mich, Mario? Hey, yo! Was? Du wirfst deine großen roten Bälle auf mich, Mario? Nein! Oh, nein! Let's go! Komm zurück! Mario! Oh, nein! Fas du furchsch und zu dir, Mario! Oh! Mario! Es ist Mario-Tem! Wunderbar! Oh oh! Es ist jetzt was Essen! Es ist Mario-Tem! Mama Mia, du isst da meine Pizza! Hey! Oh nein! Mama Mia! Oh hey! Sorry, Mann! Ich war gerade zufällig in der Nähe und hab die ganzen Pokébälle, die da lagen, eingesteckt! Waren das deine? Mama Mia! Ja, Mann! Seh ich auch voll so! Ich hab all deine Pokébälle in meinen Rucksack gesteckt, denn das passt immer so gut! Ist das ein Pokémon? Wow, ich hab ein legendäres Pokémon gefangen! Ich kann's nicht erwarten, es in den PC zu sperren und es nie wieder zu benutzen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Na, das hoffe ich aber auch! Gary! Du sollst mich doch nicht unterbrechen! Ab in die Ecke! Ab in die Ecke! Wie ich schon sagte, wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke hier links auf Abonnieren! Und klick hier, wenn du Lust auf weitere Pokémon-Parodien hast! Abonnieren! Was euch schon richtig? Spannung aus!